Sie sehen die Tagesschau, herzlich willkommen. Zum Auftakt der Wintersession haben am Montag neben Alteingesessenen auch 66 Neugewählte im Nationalratssaal Platz genommen. Mit der kommenden Bundesratswahl vom 10. Dezember dürfte Ihnen eine besonders spannende Session bevorstehen. Patriotische Stimmung herrscht im Nationalratssaal. Schweizer Fahnen flankieren das Rednerpult. Der Nationalrat stimmt zum Sitzungsbeginn die Landeshymne an. Das hat es im Parlament noch nie gegeben. Dann eröffnet der Amtsälteste die Session. Ich erkläre die erste Sitzung der 47. Legislaturperiode als eröffnet. Viele Leute haben den Eindruck, die politische Führung sei weit weg von der Wirklichkeit und haben den Bürger und seine Probleme vergessen. Anschließend kam die Amtsjüngste zu Wort. Die 25-jährige Sozialdemokratin forderte das Parlament auf, mit Elan an der Erneuerung des Landes zu arbeiten. Uns droht Verfettung und Verkrustung. Die Schweiz hat einen zu hohen mentalen Cholesterinspiegel. Ein neuer Volkssport hat Konjunktur, der Volkssport des Jammens. Und schließlich der Höhepunkt, die Vereidigung des neuen Nationalrats. Und er ist der neue höchste Schweizer, Max Binder, Zürcher SVP-Nationalrat. Binder wird das Parlament unter anderem auch durch die Bundesratswahl vom 10. Dezember führen. Zu den Nachrichten. Fluglotsen sind überfordert, wenn sie alleine den Luftraum überwachen müssen. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Zu diesem Schluss kommt der Bericht des Büros für Flugunfalluntersuchung BFU. Die Problematik des Ein-Mann-Betriebes war der Flugsicherung Skyguide bereits vor dem Absturz in Überlingen bekannt. Laut Untersuchungsbericht kam es nämlich zwischen 2001 und 2002 schon zu zwei Fasszusammenstößen im Luftraum. Der Ein-Mann-Betrieb wurde von Skyguide aus Spargründen eingeführt. Der Absturz der Corsair-Maschine vor vier Jahren in Nassenwil ist auf Pilotenfehler zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommt ein zweiter Bericht des BFU. Der Bericht bezeichnet die Ausbildung des moldawischen und des slowakischen Piloten als ungenügend und kritisiert deren Verhalten. Beim Absturz vom 10. Januar 2000 starben alle sieben Passagiere und die drei Besatzungsmitglieder. Im Prozess um das Finanzdebakel von Leukerbad ist der frühere Gemeindepräsident Otto G. Loretan zu viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Das Gericht hat den ehemaligen CVP-Nationalrat in erster Instanz des mehrfachen Betruges ungetreue Geschäftsführung und Urkundenfälschung für schuldig befunden. Loretans Anwalt will das Urteil voraussichtlich anfechten. Der mitangeklagte Architekt soll für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Präsident des irakischen Regierungsrates, Jalal Talabani, vermutet Saddam Hussein als Drahtzieher hinter den jüngsten Angriffen auf US-Truppen im Irak. Dies erklärte Talabani in einem Interview im französischen Fernsehen. Amerikaner haben bei Gefechten in der nordirakischen Stadt Samara 54 Iraker getötet. Der vorausgehende Angriff auf zwei Geldtransporte sei eine koordinierte Aktion von Gefolgsleuten von Saddam Hussein gewesen, hieß es in einer Erklärung der US-Streitkräfte. Irakische Polizisten und Ärzte bezweifeln die Opferzahlen. Der frühere serbische Präsident Slobodan Milosevic kandidiert bei den kommenden Parlamentswahlen in Serbien. Milosevic ist in Den Haag inhaftiert und muss sich vor dem UNO-Kriegsverbrecher-Tribunal wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord verantworten. In Serbien dürfen Angeklagte oder Verurteilte, die ihre Gefängnisstrafe abgesessen haben, zur Wahl antreten. Frankreichs Diplomaten sind in den Streik getreten, um gegen massive Budgetkürzungen zu protestieren. Die knapp 10.000 Beschäftigten befolgten den Streikaufruf fast vollständig. Im weltweit zweitgrößten diplomatischen Dienst werden seit Jahren Stellen abgebaut. Nächstes Jahr sollen weitere 116 Jobs wegfallen. Unzählige Friedensbemühungen für den Nahen Osten sind in den vergangenen Jahren gescheitert. Nun soll ein alternativer Friedensplan, ausgearbeitet von palästinensischen und israelischen Politikern, den Friedensprozess wieder in Bewegung bringen. Die sogenannte Genfer Initiative wurde im Beisein vieler namhafter Persönlichkeiten, darunter auch einige Friedensnobelpreisträger, in Genf lanciert. Nach zweijähriger Arbeit war es heute soweit. Die beiden Hauptinitianten, der frühere palästinensische Informationsminister Yassir Abed Rabo rechts und der ehemalige israelische Justizminister Yossi Beylin links, präsentieren die Genfer Initiative offiziell der Öffentlichkeit. Bei der Zeremonie in Genf anwesend, der frühere US-Präsident und Friedensnobelpreisträger Jimmy Carter, sowie je 200 israelische und palästinensische Vertreter. Die Genfer Initiative beinhaltet folgende Hauptpunkte. Es gibt zwei unabhängige Staaten, Israel und Palästina. Verzicht durch Israel auf fast alle Siedlungen. Jerusalem wird Hauptstadt beider Staaten. Die Palästinenser bekennen sich zum Existenzrecht Israels und zum Verzicht des Rückkehrrechts aller Vertriebenen. Der frühere US-Präsident Jimmy Carter erklärte, die Israelis müssten sich fragen lassen, ob sie ihre Siedlungen in den Palästinensergebieten behalten oder Frieden mit ihren arabischen Nachbarn schließen. Die Palästinenser müssten im Gegenzug der Gewalt abschwören. Carter verlangte außerdem eine aktivere und unvoreingenommene Rolle der USA. Die Genfer Initiative wurde nach der Feier Bundesrätin Kalmireh überreicht. Das Papier wird in der Schweiz hinterlegt. Die Schweiz hat die Verhandlungen logistisch und finanziell unterstützt. Die Genfer Initiative wurde von der israelischen Regierung allerdings als subversiv zurückgewiesen. Auch radikale Palästinenser-Organisationen lehnen sie ab. Damit sind wir am Ende der Sendung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche eine gute Nacht. Bilder als Postkarten versenden mit Swisscom Mobile Ein schwaches Lüftchen weht im Wetterstudio auf dem Dach. Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren bei Meteo. Und die Windgeschwindigkeit im Moment nur etwa 6 km pro Stunde. Aber das Wetter hier ist ja nicht immer typisch für das Wetter in der ganzen Schweiz. In der Tat gibt es in den Alpentälern im Moment einen veritablen Föhnsturm. Als Generator des Südwinds hat sich ein kräftiges Tief mit Zentrum über der Bretagne hervorgetan. Auf seiner Vorderseite erzeugte es einen starken Südwind. Und dieser Südwind bringt viel feuchte Luft vom Mittelmeer her in Richtung Westeuropa. Eigentlich ist ganz Westeuropa mit Wolken bedeckt. Diese Wolken stauen sich zudem am Alpensüdhang. Aber auch nördlich der Alpen ist kaum eine Lücke in der Wolkendecke zu entdecken. Nun, das bestätigen auch unsere Bilder vom Rigi. Der Rigi steht ja eigentlich in einem Föhngebiet. Und trotzdem ist kein Föhnloch zu entdecken. In der Tat war es in der Deutschschweiz heute weitgehend bedeckt. Immerhin blieb es trocken. Auch in der Nacht, da bläst der Föhn weiterer weht so stark, dass er sogar den Rand des Mittellands berührt. Und es gibt einige Orte, wo es der Föhn an den Läden rütteln wird, wo es sonst bei Föhnlagen ruhig bleibt. Morgen auf der Alpensüdseite, das heißt also in Südbünden, im Tessin, aber auch im südlichen Wallis stark bewölkt, zeitweise einige Niederschläge. Und der Föhn, beziehungsweise der Südwind, der trägt die Regen- und Schneewolken auch etwas nach Norden, sodass es auch nördlich des Hauptalpenkamps zum Teil einzelne Niederschläge gibt. Sonst aber in der Deutschschweiz doch weitgehend trocken, abgesehen vielleicht vom Jura, wo es ebenfalls ein paar Tropfen Regen geben kann. Aber die Regentropfen, die bleiben die Ausnahme. Und am Nachmittag, da gibt es dann sogar ein paar grössere Auffällungen, zum Beispiel in der Deutschschweiz. Der Föhn, der lässt am Nachmittag eher etwas nach. Die Windgeschwindigkeit in den Bergen, aber die ist weiterhin recht hoch, mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 140 Kilometer pro Stunde. Die Böhenspitzen zum Teil sogar noch etwas höher. Nun, die Temperaturen morgen in den Niederungen der Alpen-Nordseite, so 9 bis 13 Grad, aber in den Föhntälern, da kann es Werte um 17 Grad geben. Und auch in den Bergen, da ist es sehr warm, auf 2000 Meter auch ohne Sonne, etwa plus 5 Grad. Am Mittwoch gibt es nochmals Föhn mit ein paar Regentropfen im Westen und Auffällungen in der Deutschschweiz. Dann, ab Donnerstag wirkt zunehmend ein Hochdruckgebiet. Das bedeutet Sonne in den Bergen, aber Nebel im Flachland. Auf der Alpen-Süd-Seite am Donnerstag Ende der Niederschläge, in der Folge vorwiegend sonniges Wetter. Die Temperaturen, die gehen im Norden mit Föhnende eher etwas zurück, liegen dann bei 7 bis 9 Grad. Im Süden läuft es gerade umgekehrt, dort wird es eher etwas wärmer. Insgesamt kann man aber sagen, es ist eher zu mild und damit findet das Wetter Anfang Dezember eine Fortsetzung vom November. Denn im November war es insgesamt zu warm im Flachland, zwar nur etwa 1 Grad über der Norm, aber in den Bergen, da betrug der Wärmeüberschuss bis zu 5 Grad. Damit ist es gut, dass es wenigstens Ende November vorübergehend einen Wintereinbruch gab, denn wenn es nicht temperaturmässig Winter ist, so ist der Eindruck wenigstens optisch winterlich. Meteor gibt es morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen.